Was sehe ich bei meinem Lieblingsstream? Ich gucke hier gerade. Es gibt ein Rad. Das ist neu. Okay, warte. Darf ich einmal? Komm, dreh mal und ich krieg das. Okay. Das Content ist ein Short. Das krieg ich in Subs, okay? Auf gar keinen Fall. Komm, mal ein bisschen supporten. Auf gar keinen Fall. Okay, wenn ich danach auch einmal drehen darf und das bekomme ich von dir in Subs. Du hast das Glück, du hast schon 50 Euro jetzt. Kannst du dir überlegen. Nein, nein, nein. Du drehst nochmal bei mir. 50 ist doch eins der schlechtesten, oder? Das ist Medium. Du kennst das Board besser. 5 Euro, es gibt eine CSGO-Kiste, es gibt Red Bull. Boah, Dicker, wir starten mit so einer Scheiße rein. Es ist so Medium. Okay, wir drehen beide neu. Ich drehe einmal bei dir und einmal für mich. Und ich krieg das von dir in Subs und du kriegst das von mir in Subs. Ja, okay. Das ist so dumm. Das ist so... Okay, willst du zuerst oder als letztes dran sein? Ähm, du machst als erstes das, was ich dir geben muss. Okay. Bro, 1000 Euro wären 250 Subs, ne? Digga, ist das hinten gerade eine Schraube abgefallen. 10 Euro! Oh mein Gott! Yeah! Bro, mein Bester, ich gönne dir, ich gönne dir. Was ist... Komm, ich geb dir sogar... Ich geb dir dafür sogar drei Subs. Soll ich jetzt direkt oder wollen wir erst mal noch kurz warten? Bro, wenn ich jetzt 1000 Euro hätte, Junge, ich lösche mich. Das ist scheiße. Sag ehrlich, hättest du 1000 Euro gemacht? Ich hätt's wirklich gemacht. For real? Ja. Sag ich jetzt auch nur, damit du's dann machst, wenn du jetzt 1000 kommst. Ja, obvious, obvious. Nein, ich hätt's glaube wirklich gemacht. Aber aus der Nummer wär ich nicht rausgekommen. Okay, und das ist das, was ich Basti geben muss. Mir gefällt das Rad. Ein Euro! Let's go, Junge. Bro. Guck dir an, 1000 Euro hier. Bro. Digga, stell die... Holy shit. Digga, das war knapp. Das war knapp. Wuhu. Also 1 Sub krieg ich. Ja, ja. Ich krieg von dir 3 und ich geb dir 1. Gut, perfekt. Also wirklich, wir sind 10 Seconds drinnen, Alter. Und wir gambeln schon mit so einem... Mann, ich kann da wieder keine Zeilen geben. Du kriegst jetzt einfach 5, ist mir egal. Oh, Mann. Bitte nicht. Nö. Danke, Bruder. Kuss, kuss, kuss. Digga, es war bei dir für Basti. GHG. Basti. Alright, wir finden sich jetzt noch was Chat bekommen. Ja, Mann. Dreh noch mal. CS Gold Kiste. Alright. Soll ich einen aufhören? Ja, Leute. Soll ich einen aufhören? Mach einen auf. Alright. Das hier wollen wir, Freunde. Die AWP Asimov oder eine Knife. Digga, wo bin ich gelandet? Digga, Montana Blackstream einfach. Alright, 15 Cent. Popchip. Ja, cool. Ja, cool.